Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ich habe es jetzt herausgefunden, wie das geht. Aber im Moment ist es jetzt so, dass das wieder funktioniert, glaube ich. Da muss der Stein wieder da liegen. Ähm, die haben alle eine bestimmte Position, diese Steine. Und der andere, der war ein bisschen anders da liegen. Ich muss den einfach genau auf die andere Seite legen. Das ist ein Kackstein. Genau, den hier. Die liegen mich alle hinten dran. Und der liegt vorne. Das heißt, den muss ich einfach bloß da hinsetzen. Oh Gott. Das ist aber auch hart. Das ist auch hart. Ja, dann haben wir den da wieder. Und sind wir hier auch fertig. Jetzt kann man mal dahinter schauen, was da noch so alles gibt, ne? Also das schaut noch am Eingang aus. Mehr ist da jetzt erstmal nicht. So. Schaut auch interessant aus. Das sind wieder so heilende Quellen. Wahrscheinlich, oder? Ah, vermutlich. Aber ich bin schon geheilt. Ich darf nicht wundern, wenn da nur so ein Steinmonster irgendwo auftaucht hat. Ah, oder so eins. Ja, den nehmen wir auch mit, ne? Darf ich sagen. So, was man beobachtet. Wir sind halt auch schon wirklich gut unterwegs, dass das so geht. Andere Rüstung mal anziehen. Und dann geht die Sache los hier. Und dann gehen wir so mal anziehen. Ah, der ist schon fast down. Wir haben, glaube ich, gerade in den Sack geschossen. Autsch. Sorry. Bitte nicht in den Penis, äh, hineinschießen. So, was haben wir da Schönes? Phoenix-Helibade. Was haben wir denn überhaupt für Waffen da? Oh, wie da war ich... Ach, die können wir weg wie ein Verzschau. Hm, Fackel. Haben wir auch noch. Tschüssi. Na gut. Phoenix-Bogen haben wir schon ein bisschen. Haben wir einige sogar schon. Äh, gut, dann können wir uns jetzt erstmal wieder umziehen. Die Masken hocken wir auf. Und natürlich unsere Standard-Klamotterie. So. Boah, da ist es ganz schön hell. Und sehr, sehr bunt. Haha. Sehr bunt. Was ist das? Was ist das? Was ist das, Schatz? Soll ich das einmal... Oh. Ah, okay. Das, glaube ich, ist nur, ähm... Wie das ist, so ein Monster-Versteck. Aber ich glaube, mehr gibt es jetzt da auch nicht, ne? Also nicht, dass ich wüsste, dass es noch mehr geben sollte. Aber hier haben wir noch ein paar Steine, wo ich gern hernehmen würde. Und... So. Eins. Okay, Feuersteine. Ja gut, können wir brauchen. Feuersteine sind eigentlich nie verkehrt. Nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechts. Ne? Wenn wir keine haben, dann nervt es uns, ne? Wenn uns das auffällt. Jetzt schauen wir nochmal kurz da runter. Weil... Mich würde mich noch interessieren... Ich würde mich jetzt schon nochmal in diesen Monster laden. Aber ich glaube, da kommen wir nur nachts rein, ne? Warte mal, was ist denn da? Oh, da ist noch Fleisch. Edelgeflügel. Jetzt aber... Obwohl der Wolf es liegt, ne? Ich weiß es nicht, weil in diesen Monster laden gibt es halt richtig, richtig geilen Scheiß. Das ist halt was so. Das ist halt was so. Aber... Ja, da muss ich glaube ich nachts halt wirklich in irgendein... Muss man nachts wirklich mal in die ganzen Dörfer reißen. Da was... Äh... Der ist auch irgendwie merkwürdig da. Der ist auch irgendwie merkwürdig da. Der steht da einsam und verlassen rum. Obwohl ich glaube, dann gibt es halt wirklich nicht mehr mehr da, ne? Schade! Sturmwindkluft. Der Oktowald. Ah... Auf diesem Plateau waren wir auch schon. Da haben wir gesagt, das müssen wir uns mal noch anschauen, ne? Dann müssen wir aber wieder auf den Todesberg. Eigentlich saugut von da aus kommen, wenn ich überall schon hier fliege. Dann wird das schon. Oh... 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 Okay... Voll vergessen... Dass man ja da... ...gleich der Hosenbrauch hat. Ah... Das war vielleicht vom Vorteil. Oh... Fuck... Ich brenne immer noch. Jetzt nimmer, oder? Nein, jetzt nimmer. Huh... Glück gehabt! So... Ähm... Hier rüber. Ah... Wie gesagt, müssen wir mal fliegen. Ich seh jetzt leider auch nimmer mehr da... Schreine. Ah... Gut. Haben wir natürlich da alle jetzt gedacht, das ist die Frage, ne? Vielleicht muss ich später irgendwann mal mit einem Guide arbeiten. Also... So... Aber ich schaue natürlich schon immer aufmerksam. Und markiere natürlich dann auch. Aber die ganzen, die ich jetzt da gesehen habe, die habe ich schon gemacht. Na, da sind wir ja bloß den Berg rauf gegangen. Da war auch kein Schrein. So... Aber irgendwo müssen jetzt da da noch so Ruinen sein. Die könnten natürlich auch richtig mies in die Berge versteckt sein, ne? Diese Schreine. Ah... Die meisten... Das sieht man halt auch sofort, ne? Da muss ich runter. Da war ich da schon. So... Was ist das eigentlich? Genau, da wollte ich hin. Ach, er schon wieder. Okay. Das war's. Bei der anderen, der wohl übrigens noch ein Doppelbogen, ne? Weil wir jetzt genau so ein Ei, aber so einen haben wir noch nicht, gell? So, schauen wir mal kurz. Ähm... Nein. Einen Doppelbogen haben wir direkt noch nicht. Einen Bestienbogen. Jetzt müssen wir doch mal wieder noch ein paar... Was? Meteor-Stab? Uh... Meteor-Stab ist eigentlich schon krass. Hm... Weißt du was? Hm... Bitte mal weg. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das der Bub vielleicht auch mal sehen will. Ja, wohl, ne? Ja, gehört doch. Nehmen wir mal mit. Aber mehr gibt's jetzt so auch nicht, ne? Glaub, da geht's wirklich nur um diesen Meteor-Stab. Ah... Übrigens, hier ist der Stall, ne? Wo ich schon mal gesagt hab. Jetzt hätte ich ihn auch gefunden. Na gut, also, ich glaub, da sind wir eigentlich so ziemlich durch. Darf ich mal so behaupten. Klar, wahrscheinlich ein paar so kleine Mini-Geheimnisse würde ich da wahrscheinlich auch noch finden, aber... Da haben wir halt jetzt schon sehr, sehr viele Schreine, ne? Da finde ich da noch ein paar Abgeh. Ja, hier hinten. Wie viele Schreine haben wir überhaupt schon insgesamt? Müsstet mal schauen, wenn wir in Ladebildschirmen sind. Ähm... Könnt man kochen? Also mir kommt's dann nur so vor, als ob einfach so... Da ist die Quelle der Weisheit. Atheno... Da könnte natürlich auch noch ein Boar sein, ne? Wohl, ich glaub... Ja, schwierig. Schwierig. Wir haben halt schon echt viel. Also klar, wir haben hier noch nicht, darf man nicht vergessen. Wir haben hier noch ein Gebiet, was noch nicht entdeckt worden ist. Genauso wie... Und jetzt sieht man, wo was ist. Drei Teile sind versteckt. Äh... Die Teile der Rüstung des Bösen sind mitten des Waldes von Firone verborgen. Eines liegt am Grund des dritten Wasserfalls. Da sollten wir vielleicht da jetzt mal hier schauen, ne? Ja, da haben wir Firone, ja? Und da... Okay, warte mal. Weißt du was? Hier gehen wir jetzt mal hin. Wir schauen jetzt mal, dass wir ein neues Gebiet aufdecken. Da war ja noch was, ne? Da hat es auf jeden Fall noch was gegeben. Und da sieht man jetzt halt, ich habe jetzt Schreine 65. Ich glaube, 120 gibt es. Eieieieiei. Oder 121, 124, 122, irgendwie sowas. Oder? Bin mir nicht ganz sicher. So. Krass, da war ich ja ganz am Anfang. Ist ja ultra lang her. Warte mal, die Rüstung braucht man jetzt definitiv nicht gerade. Was ist denn das eigentlich da? Da kriegen wir eigentlich gar nichts, ne? Die Rüstung ist eigentlich voll scheiße. Das zeigen wir auch. Und natürlich lassen wir jetzt erstmal nur die Masken auf, für die Crocs. So. Ist auch da bei dem Wald der Zwillingstürme, ne? Alle nicht da hinten irgendwo? Glaube schon, Tim. Oh, jetzt merke ich es erst. Oh, schwierig. Ah. Okay, pass auf. Das ist Mannesmacher. Ravioli! Let's go! Ravioli bringt's. Ja, ein bisschen was ausgebracht. Oder ist da irgendwo ein Kokore-Gebiet mehr? Vielleicht ist da auch ein Kokore-Gebiet mehr. Probieren wir's aus. Was? Da hat's schon so ausschauen, ne? Als ob da noch ein Gebiet war. Und dann schauen wir einmal, dass wir da die Rüstung des Bösen holen. Hopp! 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 Ach, da glaube ich, gibt's schon noch was, ne? Wir sind nämlich jetzt in diesem Gebiet. Wir brauchen natürlich jetzt erstmal den Turm, dass wir uns erstmal auskennen. Und da gibt's natürlich auch nochmal Schreie, ne? Ohne Ende. Oh nein, muss das jetzt zum Ringer anfangen. Ernsthaft? Jetzt wohl glittert. Uh. Okay. Ach du Scheiße, ist da weit weg. Aber das ist, glaube ich, wieder ganz ein anderer Turm. Pass auf. Wir brauchen ja ein bisschen einen Überblick hier. Aha, aha, aha. So, wir haben da... Der schaut so aus, als ob der noch leben würde. Hätte natürlich jetzt weniger Angst dafür, aber... Also, ich sag einmal wirklich so, diese... Habe mal... Diese ganzen... Diese ganzen... Äh, Titan, sag ich. Diese ganzen Maschinen halt. Wo die um und an laufen. Ja, die ganzen Wächter. Ganz ehrlich, die sind... Die sind eigentlich nicht mehr dramatisch. Die waren eigentlich noch nie dramatisch. Man muss halt nur abwehren können. Das ist das Problem. Gut. Wenn es mehrere sind, wird es schwierig. Sag ich mal, ne? Dann ist es gar nicht mal so leicht. Aber... So eine, wenn man davon abspeichern kann... Eigentlich kur Stress. Was ist hier? Ah, okay. Das war wohl... So ein kleiner Unterschlupf. Finde ich grundsätzlich cool. So, Maxi-Rübel. Über die Gegner können wir auf jeden Fall blättern. Tja, was? Dann kommt's her. Äh... Das war's. Und der noch. So. Monsterzutaten sammeln. Nice. Jetzt... Jetzt müssen wir dann natürlich in dem Gebiet auch den... Den... Den Turm aktivieren. Wir haben noch nicht mehr alle Türme, Leute, ne? Wir haben schon über 100 Folgen und wir haben noch nicht mehr alle Türme. Ich merke schon, wie du am meisten das vorspielst. Hahaha. Das Hausbleck, ja? Ah, die Monster haben's da schon ein bisschen insicher, muss ich sagen. So. Ah. Da vielleicht jetzt auch mal ein anderes Schild hier nehmen. Äh... Nehmen wir erstmal... Ja, obwohl das heute früh aus, gell? Nehmen wir das hier. Also. Wir haben natürlich da jetzt über... Alter, alter, alter. Okay. Schauen wir uns nochmal da um. Schreien gibt's wieder. Ah, ja. Uh, ein Läune. Hahaha. Okay, Leute. Wir brauchen einen Turm. Bäh. Wir brauchen einen Turm. Das sind schon mal Wasserfälle, gut zu wissen. Bäh. 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 Zumindest haben wir einen Läunen schon wieder gefunden. Immerhin. Bäh. Bähä. Bähä. Bäh. 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 Okay, hier haben wir auf jeden Fall gleich mal einen Krok, der ist bestimmt ganz oben drauf, ne? Ah, mir müsste man nur bei der Korone, ne? Ah, da ist auch noch einer. Der ist da. Ah, das darf man nicht vergessen, Leute. Erinnerst du mich drauf, falls ich es nicht mache, ne? So, in die nächsten drei, vier Folgen. Mir müsste man bei der Korone noch... Ja, mir macht man so, wir finden jetzt den Turm und dann gehen wir noch mal zu der Korone schnell zurück. Macht man das. So, aber wo ist da der Turm? Also den, den ich wohl noch nicht erkundet habe, weil der ist ja schon fertig, ne? Da ist er. Okay. Glaub mir, haben wir ihn. Der ist gut versteckt. Der ist richtig, richtig gut versteckt. Ja klar, der ist ja unten im tiefen Tal wahrscheinlich, ne? Unten im Tal, ja, da schweckt das kleine Apili. Er ist direkt unten im Tal drin. Ah, und hier haben wir natürlich wieder einiges, einiges an... An Schreinen, an Rätseln. Kroks. Gegner. Und ich glaube auch Nebenaufträge. Nein, das wäre cool, ne? Ich finde es auch super, dass wir noch nicht irgendwie alles, äh, jetzt Gebiet aufdeckt haben. Das ist jetzt mal wieder ein komplett neues Gebiet. Und ja, ich glaube, da müssen wir so, da gibt es sogar so kleine Mini-Prüfung. Die müssen wir auch noch machen. Da habe ich auch noch Bock drauf. Die finde ich gar nicht mal so schlimm. Also da finde ich Schwertbrüfen krasser. Bei der da habe ich echt noch ein bisschen Schiss, Leute. Muss ich zugeben. Aber ja, wir werden es machen. Wir werden es definitiv machen. Aber das werde ich wirklich, die werde ich als gesonderte Ding, als gesonderte, ähm, Folgen mit raushauen, ne? Also, werde ich sagen, okay, in der nächsten Folge fangen wir mit der Schwertprüfung an. Und erst, wenn es geschafft ist, ne, lade ich die Folge hoch. Weil es bringt nichts, ne, dass ich da nicht 20 Vielversuche habe. Oh, oh, oh. Wenn ich 20 Vielversuche habe, das ist für ein Let's Play auch nicht geil. Ja, wo ist der? Okay, da nicht mehr. Es ist da, oder? Die Maya-Ruinen hier. Maxi-Durian, okay. Hm. Hab dich. Aber das macht man definitiv, ne? Auch wenn ich ein bisschen Schiss davor habe. Weil, ich weiß halt, wie es schon mal war, ne? Deswegen. Nur, also das ist wirklich der einzige Grund. Ich weiß halt, wie ich mich damals gefühlt habe. Aber gut, vielleicht fühle ich mich jetzt auch voll einfach. Ich freue mich nicht, was ich nicht glaube. Aber ich muss, also für die Schwertprüfung, definitiv noch mehr Herzen. Definitiv. Die haben wir gar nicht umeinander. Je mehr Herzen, desto besser, Leute. Hier, wenn wir in der Prüfung sind, wird's wissen, warum. Okay, pass auf. Wo, wo, wo könnte jetzt da ein Krog sein? Da? Oder hier. Ah, hier, glaube ich. Das ist doof. Er muss mir nämlich nicht schauen. Jetzt halt. Ah, vier. Vier muss gelangen. Okay. Alter. Okay, okay. Okay, der will dazu. Der will dazu. Mit dem Hammer. So, tschüss. Ah, ist da jetzt keiner drunter. Ist das nicht cool? Aber wenn die natürlich jetzt da umsachen, ne? Dann werde ich das ein bisschen hart finden. Ah. Ah, ist natürlich jetzt ein neues Gebiet. Das, äh, da weiß ich natürlich jetzt nicht, wie sie sich versteckern. Das ist eigentlich ein großes Gebiet, das, was ich da abdecken muss. Okay, hier nimmer. Uhu. Hier. Also, entweder natürlich auf dem Baum oben, aber das ist natürlich schon hart. Wenn das der Fall ist. Ah, da müsste doch da auch irgendwas sein, oder? Hm. Ah, da haben wir gern wieder. Schau. Da hätten wir natürlich jetzt nur einen Baum, einen großen. Ah. Na. Ah, schade. Ich dachte schon. Das gibt's nicht. Na, schauen wir mal mit dem. Haben wir bloß noch die Waffen. Aber halt sonst auch nicht mehr, ne? Ah, er da unten. Ja, komm, wir holen uns aber auch ein anderes Schnellding. Einmal ein schnelles Horn. Horn, ich bin mir immer brauche. Okay, hau ab. Scheiße. Scheiße. Oh. Mog ich die groß. Ja, ich mag die groß. Oh. 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 Easy. Easy. Oh, da lasst du dich die keinen Scheiß finden. Da wollt ihr jetzt einige ja auch noch nicht hin, ne? Oh. Das ist Mr. Monsterlorden. Na, oder? Nein, das ist, glaube ich, ein Stall. Das, glaube ich, ist ein Stall. Das ist auch noch die einen Scheißbaden. Jetzt bin ich weggangen. Oh Gott, die Frage ist halt, wo ist da? Da ist ein Krog versteckt, ne? Das ist die große Preisfrage. Na gut, jetzt macht man erst mal den Turm und dann können wir immer noch weiterschauen. Wir brauchen auch noch diesen anderen Krog äh, bei den Kronen. Da, wo ich in dem Dorf fahre. Ja gut, ähm. Schwierig, der kann natürlich auch direkt bei dem Turm irgendwo in der Nähe sein. Der Klor. Der Klor-Krog. Hab dich. So, wir haben noch einmal ravioli-Sturm. Von dem her nehmen wir es jetzt auch mal schnell her. Obwohl, das können wir vielleicht für ein... Da braucht man es eigentlich wirklich noch nicht. Nehmen wir es für den Turm her. Hm, der schon wieder. Also gegnertechnisch ist da eigentlich echt kein Stress mehr. Nehmen wir es für den Elektro-Stab hin und her. Uh, das sind aber schon... Ja, jetzt kommt es ja. Boah, bloß 2. Ich hab mehr erwischt. Schade. Einige sind Pilze. Okay. Also. Da sag ich zum Abschluss der Folge. Macht man jetzt den Turm. Muss sein. Haben wir auch noch mal so drinnen, ne? Aber das sieht man immer nicht, was drunter ist. Naja. Ravioli! Da haben wir immer voll Pause machen müssen. Jetzt schafft man es auf einmal rauf, ne? Total. Da sind wir halt auch schon gut dabei. Das muss ich einfach nicht vergessen. Prost! Ja, Schickerstell erkannt. Nice. Artenübertragung beginnt. So ungefähr muss es bei jeder Geburt ausschauen. Artenübertragung, was schon? Okay, dann haben wir jetzt sozusagen fast schon die ganze Karte, ne? Da können wir natürlich jetzt halt erkunden und müssen wir es auch ein bisschen erkunden, ne? Also wenn ich mir das jetzt so anschau... Und zwar ist es noch... Und zwar ist es noch zwei Zeile. Könnte das sein? Da und da. Okay, geil. Oder ist das bloß mehr? Das kann natürlich auch sein. Schwierig, weil vielleicht das D ist die Wüste. Ja, gut, aber nein. Das müsste jetzt schon noch was sein. Zumindest ein bisschen was, ne? Ein bisschen mehr wird wahrscheinlich dabei sein, aber so ein bisschen was muss dabei sein. Ja. Jetzt haben wir hier natürlich diese drei Wasser... Diese drei... Wasserfälle wahrscheinlich. Einer... Weiß ich nicht. Da müssen wir uns einmal auseinandersetzen damit. Weißt du, beim dritten Wasserfall, da war irgendwas, ne? Mit diesem Rätsel. Da werden wir einiges machen müssen. Bei der Rüstung des Bösen. Ähm, ja. Von dem her sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden uns beim nächsten Mal das auf jeden Fall anschauen. Ähm, wir werden... Mal schauen, ob wir diesen Krog da oben noch irgendwo erwischen. Und natürlich den bei den Koronen. Den werden wir jetzt dann auch gleich nochmal machen, ne? Ähm. Also heute in der nächsten Folge, logisch. Und ja. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht es gut. Wir sehen uns. Habi. Die. Geri. UNTERTIT.